Liebe Menschen, wach doch mal endlich auf. Kennst du diesen Wunsch oder hast du diesen Gedanken auch schon mal gedacht? Vielleicht sogar in den letzten Wochen, Monaten, in den letzten Jahren, vielleicht dein ganzes Leben lang. Mein Gott, wieso seht ihr das denn nicht? Wieso hört ihr das nicht? Wieso nehmt ihr das nicht wahr? Und das, woran die Menschen uns immer wieder erinnern, ist, wenn wir so einen Gedanken haben, dass wir selbst ganz oft nicht wach sind. Dabei sollten sich doch die Menschen mal wieder besinnen, nicht wahr? Aber worauf sollten sie sich eigentlich besinnen? Dann sagst du vielleicht im ersten Moment, darauf ehrlich miteinander zu sein. Darauf, sich respektvoll zu verhalten. Darauf, mehr miteinander zu sein. Mitfühlen, statt immer nur dagegen. Darauf, solidarisch zu sein. Loyal zu sein. Oder was auch immer dein Wertekonstrukt ist, was für dich das Idealbild darstellt. Doch worauf, wenn du dein Herz fragst oder tief in dich hineinhorchst, worauf sollten wir Menschen uns tatsächlich wieder besinnen? Und auf diese Frage gibt es eigentlich nur eine Antwort. Die Antwort ist dir bereits sonnenklar. Es ist die Liebe. Doch was hat die Liebe damit zu tun? Lass uns heute auf einen Tauchgang gehen, der speziell ist, weil er sich mit dem größten Thema der Spiritualität auseinandersetzt. Zumindest, wenn nicht dem größten Thema, dann aber einem der größten Themen. Und das ist das Erwachen. Ich glaube ganz persönlich, dass es höchste Zeit ist, dass wir Menschen erwachen. Und das tun wir ja auch nicht erst seit gestern. Und ich bin nicht der Erste, der das sagt. Ganz im Gegenteil. Mit mir gibt es Millionen und Millionen von Menschen, die auf diesem Weg sind, Menschen daran zu erinnern, zu erwachen. Und schon in den letzten Jahrhunderten gab es immer wieder große Menschen, die sehr viel bewirkt haben, die Bewegungen gestartet haben, die Bücher geschrieben haben, die wirklich hochintellektuell und weise waren, die immer wieder darauf hingewiesen haben, dass das Erwachen die Lösung und auch die Erlösung ist für uns auf dieser Erde. Doch was bedeutet es eigentlich, wirklich wach zu sein? Also vielleicht hast du dir schon mal Gedanken darum gemacht, was es für dich bedeutet, wirklich wach zu sein. Ich glaube, dass du wirklich wach bist, wenn du vollkommen wahrnimmst und annimmst, wo du jetzt gerade bist. Also wo bist du jetzt gerade? Vielleicht zeigt dein Verstand gerade, aber Christian, das ist eine komplett bescheuerte Frage. Weil ich sitze gerade im Auto und höre deinen Podcast. Oder ich mache gerade Sport und höre deinen Podcast. Oder ich sitze einfach gerade hier und mache nichts parallel und höre deinen Podcast. Aber was heißt das in der Tiefe? In der Tiefe heißt, wenn du wahrnimmst und annimmst, schrägstrich akzeptierst, wo du jetzt gerade bist, dann tust du das, ohne dir dabei zu wünschen, woanders zu sein. Und wie oft kennst du diese Situation, wo du feststellst, hey, ganz ehrlich, es ist zwar alles gut und schön hier, aber eigentlich wäre ich jetzt gerne an der See. Oder ich wäre gerne in den Bergen. Oder ich wäre gerne bei meiner Familie. Oder wo auch immer du jetzt gerade gerne wärst. Vielleicht auch während du jetzt gerade diese Worte hörst. Und wirklich wahrzunehmen und anzunehmen, wo du gerade bist, bedeutet auch, dass du dir nicht wünschst, dass die Erfahrung, die du gerade machst, anders ist, als sie sich in diesem Moment dir offenbart. Du bist einfach vollkommen okay, damit hier jetzt gerade in diesem Moment zu sein. Kein Gedanke, kein Bedürfnis, kein Wunsch, kein Nichts entfernt dich aus diesem Moment heraus. In diesem Moment bist du wirklich wach. Du bist da. Du bist hier. Und wenn du so willst, und vielleicht fühlst du das jetzt schon, wenn du so willst und wirklich wach bist, dann öffnet sich ein Feld für dich. Und diese Momente kennst du ganz sicher schon. Das sind diese Momente, wo du energetisch wahrnimmst, dass du vollkommen in deinem Sein angekommen bist. Also es ist ein Gefühl von Schwerelosigkeit. Schwerelosigkeit. Du bist im Flow. Vielleicht auch während du etwas tust. Und wir nennen genau das auch Präsentsein. Also das Präsentsein. Da sein. Hier sein. Präsent sein mit Menschen. Wirklich da sein. Mit dir hier sein. Mit deinem Körper. Deinem Geist. Deiner Seele. Deinem Herzen. Deiner Energie. Mit all dem, was du mitbringst. In die Existenz hinein. Da zu sein. Und über diese Präsenz schaffen wir es, den Kontakt zu uns selbst wiederzufinden. Weil vielleicht hast du schon mal selbst festgestellt, dass immer dann, wenn du nicht präsent bist, wenn wir nicht präsent sind, dann fällt es uns extrem schwer, auch wirklich zu fühlen, was gerade bei mir ist. Was gerade bei dir ist. Du läufst vielleicht auf Autopilot. Du arbeitest eine Sache einfach nur ab. Oder was auch immer du tust. Und wenn du aber präsent bist, nimmst du auf einmal viel, viel mehr in dir wahr. Du hast Kontakt zu dir. Du spürst, wer du wirklich bist. Und manchmal sind das die Momente, die du gar nicht so sehr in Worte ausdrücken kannst. Das sind die Momente, wo du einfach nur genießen willst. Wo du ganz tief entspannt bist und bei dir bist. Und aus diesem Kontakt zu uns selbst entsteht dann der wahrhaftige Kontakt zu anderen Menschen. Vielleicht hast du schon öfter gehört, hey, wenn du jemand anderen wirklich lieben willst, dann liebe zuerst dich selbst. Wenn du mit jemandem eine Verbindung eingehen willst, die hält und die von Liebe erfüllt ist, dann darfst du diese Verbindung zuerst zu dir aufstellen oder aufbauen. Aber oft kommt dann auch die Frage, okay, wie geht denn das eigentlich? Was heißt denn das? Ich glaube, in dem Moment, wo du vollkommen annimmst und akzeptierst, wo du jetzt gerade bist, entsteht dieser Kontakt aufgrund des energetischen Feldes, was sich dann öffnet in dem Moment. Weil du gedanklich nicht mehr abgelenkt bist. Weil du mit deiner ganzen Aufmerksamkeit wahrnehmen kannst, was schon da ist. In diesem wahrhaftigen Kontakt, wenn du in dieser Präsenz bist und in diesem wahrhaftigen Kontakt zu anderen Menschen, verschwindet Missgunst. Es verschwindet Neid oder Eifersucht. Es verschwindet Angst und Panik. Es entsteht einfach pure Verbundenheit. Und wäre es nicht schön, wenn wir einfach in dieser Verbundenheit miteinander uns begegnen könnten. Und erst aus dieser Verbundenheit heraus können wir erkennen, dass wir alle sowieso die ganze Zeit miteinander verbunden sind und tatsächlich auch wirklich eins sind. Und erst mit dieser Erkenntnis gelingt es uns und unserem Verstand beizubringen, dass etwas wie Trennung gar nicht existiert in der wahren Natur. Dass etwas wie sich auf unterschiedlichen Hierarchie-Ebenen aufzuhalten, in unserer wahren Natur überhaupt nicht existent ist. Stell dir vor, derjenige, der gerade dein Land regiert, die wenigen Politiker, sind nicht anders als du. Weil wir eben alle eins sind. Und es gibt nicht die Hierarchie von in der wahren Natur, dass jemand dir sagt und befiehlt und wie etwas laufen soll oder wo du dich unterordnen sollst. Das ist alles menschliches Konstrukt. Und ich sage nicht, dass die menschlichen Konstrukte alle schlecht sind. Darum geht es mir nicht. Erwachen heißt, dies zu erkennen. Weder eine Trennung zwischen Menschen noch zwischen Mensch und Natur noch zwischen Mensch und Tier ist wirklich existent. Mit dieser Erkenntnis behandeln wir alles und jeden gleich, egal was es ist. Wir behandeln die Natur gleich, wie wir uns selbst behandeln. Wir behandeln einen Menschen gleich, wie wir einen anderen Menschen behandeln. Wir behandeln die Tiere gleich, wie wir uns selbst behandeln. Mit der Erkenntnis der Verbundenheit und mit der Erkenntnis des wirklichen Kontaktes löst sich ein Verhalten auf, was auf Macht macht und dich über etwas stellen basiert. Und wie viele Probleme würden sich schlagartig verändern, wenn wir uns nicht mehr über die Natur stellen würden. Wenn wir nicht mehr sagen würden, wir kontrollieren die Natur, wir haben die Natur im Griff, wir bestimmen, was wir mit der Natur machen, wie wir was auch immer, was wir in unsere Umwelt reinpusten, wie wir mit den Böden unserer Erde umgehen, wie wir mit was auch immer, mit den Ressourcen der Erde umgehen. Sondern wir gehen wieder in einen Kontakt, wo wir der Erde begegnen wie uns selbst und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen sehr mystisch an, aber die Erde fragen, was kannst du uns geben? Und die Antworten der Erde ist total offensichtlich. Sie schickt uns Umweltkatastrophen, sie schickt uns Antworten. Hey, es ist zu viel. Und darauf dürfen wir hören. Ich glaube tatsächlich, wir sind bereit zu erwachen und vielleicht ist auch all das, was ich jetzt gerade hier gesagt habe, nicht wirklich etwas Neues für dich. Und vielleicht fragst du dich auch so ein bisschen, aber wie funktioniert denn das? Wie kann ich das für mich selber machen? Naja, für dich selber kannst du einfach darauf achten, wirklich präsent zu sein, wirklich da zu sein, wo du jetzt gerade bist. Vielleicht hat schon mal jemand zu dir gesagt, wow, deine Präsenz, die ist wirklich atemberaubend. Oder vielleicht kennst du einen Menschen, wenn du ihm begegnest, dann ohne, dass ihr euch ausgetauscht habt. Vielleicht auch ohne, dass ihr euch kennt, weil du ihn nur virtuell einmal gesehen hast, aber er bringt so eine Energie mit, so eine Präsenz, so eine Aura, so eine vollkommene Wirkkraft. Dieser Eindruck oder diese Wahrnehmung entsteht immer dann, wenn wir wirklich uns den Raum schenken und uns erlauben, da zu sein, wo wir jetzt gerade sind. Und einer der Lehrer, von dem ich diese Form der Präsenz sehr stark erlernt habe in den letzten Jahren, ist Ali Almas und es gibt ein wundervolles Zitat von ihm, was ich dir einmal vorlesen möchte. Indem wir lernen, das Erleben, Verstehen und Akzeptieren dessen, wo wir wirklich sind, wertzuschätzen und anzuerkennen, geben wir unserem Potenzial die Möglichkeit, sich zu vertiefen und steigen zu Höhen auf, derer die Menschheit dringend bedarf. Wusch! Das ist mächtig. Indem wir lernen, das Erleben, Verstehen und Akzeptieren dessen, wo wir wirklich sind, wertzuschätzen und anzuerkennen, geben wir unserem Potenzial die Möglichkeit, sich zu vertiefen und steigen zu Höhen auf, derer die Menschheit dringend bedarf. Es steckt alles in diesem einen langen Satz. Ich glaube nicht, dass Erwachen ein wirklicher, dass dahinter ein wirklicher Plan steckt. Also ein Plan, den du nur durchführen musst, um dann erwacht zu sein. Ich glaube, dass es vielmehr die Bereitschaft ist, dich wirklich zu erforschen und damit immer mehr in Kontakt zu kommen zu uns selbst und über den Kontakt zu uns selbst mit unserem wahren Kern oder mit unserem, nicht nur mit unserem wahren Kern, sondern mit dem Ursprung, aus dem wir alle entstehen. Doch es ist nicht nur ein Prozess, der in eine Richtung geht, es ist vielmehr der Weg nach innen und der Weg von innen nach außen. Du findest quasi im Innen alle Antworten, die du suchst und zeigst sie automatisch durch das Integrieren dessen, was du gefunden hast in deinem Leben, in deinem Sein und dadurch für das, was du gefunden hast, zu Ergebnissen, die im Außen sichtbar wären. Du musst nichts dafür tun, es geschieht komplett von allein. Und jetzt sagst du vielleicht, wie soll das von alleine funktionieren? Dann würdest du ja sagen, ich müsste gar nichts mehr tun. Gerichtig, ich sage, du musst nichts mehr tun. Es geschieht allein durch dein Wirken, durch deine Entscheidungen, durch dein Handeln. Du musst dir nicht überlegen, wie kann ich jetzt die Antworten ins Außen tragen, weil sie sich eh zeigen, indem du dich nach deiner eigenen Wahrheit entscheidest, nach außen zu gehen. Und genau das ist ein wacher Moment. Wenn du wirklich da bist, wenn du wirklich da bist, wo du gerade bist, brauchst du nicht mehr nach Antworten suchen. Dann entscheidest du in dem Moment aus deiner wahren Natur heraus. Und es ist wie ein Leitpfad. Es ist wie etwas, woran du dich langhangeln kannst. Weil du kannst immer vertrauen, dass in dem Moment sich genau das zeigt, was deine Wahrheit ist. Wenn du dich für die Präsenz in dem Moment öffnest, dann gibt es nichts mehr zu tun. Bist du auf einmal im Flow. Du kannst auch nicht wirklich etwas für das Erwachen der Menschen tun. Und das ist eine wichtige Botschaft, weil vielleicht gehörst du zu den Menschen und ich liebe dich dafür, wenn das so ist und ansonsten liebe ich dich auch. Vielleicht gehörst du zu den Menschen, die sagen, ich will aber daran teilhaben, ich will dafür sorgen, dass die Menschen endlich wach werden, endlich aufwachen und ich will, dass sie bewusst werden und so weiter und so fort. Ich glaube nicht, dass du wirklich etwas für das Erwachen der Menschheit tun kannst. Das glaube ich wirklich. Du kannst nur eine einzige Sache machen. Du kannst dafür sorgen, selbst wach zu sein und dies nicht zu verstecken, sondern dir wirklich zu erlauben und damit anderen zu indem du dich drüber stellst, sondern indem du einfach da bist. Jemand äußert sich negativ dir selbst gegenüber. Versuch dich von irgendetwas zu überzeugen, wo du genau merkst, es ist nicht deine Wahrheit und statt dessen, dass du verurteilst und in den Angriff gehst oder dich verteidigst, nimmst du und akzeptierst einfach das, was dein Gegenüber dir sagt und gehst ins Mitgefühl, gehst in die Liebe und vertrittst deinen Standpunkt. Vielleicht macht es dir auch manchmal Druck und du hast das Gefühl, dass alles so auf deinen Schultern lastet oder dass dieser Prozess wirklich wach zu werden auf nur wenigen Schultern lastet. Aber das tut es gar nicht. Du bist damit nicht allein. Seit Jahrhunderten von Jahren sind Menschen dabei, andere Menschen auf diesen Weg zu schicken, Bewegungen zu starten, Bücher zu schreiben, Reden zu halten, durch Aktionen, Gemeinschaften, was auch immer, dieses Bewusstsein in die Welt zu tragen. Du bist nicht allein. Das Einzige, was du machen kannst, ist heute, jetzt in diesem Moment, dich dafür zu entscheiden, wirklich wach wach zu sein. Und wach zu sein bedeutet auch, nicht nur die schönen Seiten des Lebens zu betrachten, sondern eben jeden einzelnen Moment als Geschenk zu sehen. Selbst wenn es sich nicht nach Geschenk anfühlt. Und du darfst doch auch mal richtig in der Emotion sein. Du darfst auch mal richtig im Gefühl sein und etwas richtig scheiße finden. Und gleichzeitig darfst du dir den Raum nehmen, jeden Moment zu feiern, in dem du wach bist. Manchmal ist es so, jetzt war ich schon wieder so unbewusst. Oder die letzten Tage habe ich mich total gehen lassen oder was auch immer. dann machst du dich selber fertig und siehst nur noch schwarz. Statt den Moment jetzt gerade zu feiern, dass du das erkennst. Feiere den Moment. Und dein Verstand sagt, ja, aber das bringt mir ja auch nichts. I know, um deinen Verstand geht es ja auch nicht. Erlaube dir einfach an das Unmögliche zu glauben und stets offen zu bleiben, egal was passiert. Egal was passiert, einfach offen zu bleiben. Ich bin mir sicher, dass du auf diesem Weg bist. Ich bin mir sicher, dass du schon sehr wach bist. Ich bin mir auch sicher, dass noch viele, viele Menschen folgen werden, wirklich wach zu sein. Und manchmal, und das geht mir auch so, kommen vielleicht Momente, wo wir nicht daran glauben, dass es wirklich passiert. Und vielleicht muss es auch nicht so passieren, wie wir das uns in unseren Köpfen vorstellen. Vielleicht reicht es, wenn es eine Anzahl von Menschen gibt auf diesem Planeten, damit sich etwas verändert, die gar nicht die Mehrheit oder die Masse ist. Und mit diesem Gedanken möchte ich dich heute in den Tag schenken. Weil es gibt ja gar nichts zu tun. Ich danke dir von Herzen, dass du in den letzten 20 Minuten einfach hier mit mir warst. Dass du präsent warst in diesem Moment. Und vielleicht inspiriert dich dieser Moment und ich möchte dir gerne eine Übung mitgeben, wirklich auch diese Wachheit zu üben und zu trainieren für dich. Und diese Übung ist letztendlich relativ simpel, dass du alles, was du tust, beziehungsweise du kannst auch erstmal anfangen mit, nicht mit allem, sondern mit nimm dir selber eine Zahl. Du kannst auch sagen fünfmal am Tag oder immer, wenn du etwas ganz bestimmtes gerade machst, essen, gehen, dich unterhalten, etwas vorbereiten, dass du das so bewusst wie möglich machst. Wenn du isst, isst du. Wenn du gehst, gehst du. Wenn du sprichst, sprichst du. Wenn du hörst, hörst du. Wenn du siehst, siehst du etwas. Wenn du etwas liest, liest du etwas. Denn diese ganze Multitasking und viele Dinge auf einmal und schnelllebige Welt bringen uns immer wieder raus aus dem Moment. Hunderte, tausende Male am Tag. Und ich kenne es so sehr selbst von mir. Und in dem Moment, wo du es schaffst, bewusst wahrzunehmen, was gerade ist, kannst du bewusst deine Entscheidung verändern. Und damit ändert sich dein komplettes Leben. Mehr braucht es nicht. Und selbst wenn du jetzt gerade denkst und fühlst, boah Christian, das hört sich alles aber super einfach an. Wie soll das gehen? Ich habe gerade das und das und das und das. Ja, es hört sich einfach an. Es ist super super simpel. Es ist super super einfach. Das, was es schwer macht, ist, dass wir unseren Verstand in unserem Kopf haben, der ein anderes Programm in uns fährt, als präsent zu sein. Und deswegen müssen wir Präsenz trainieren und üben. Und das ist vielleicht nicht so einfach, aber es ist lohnenswert. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Danke fürs Zuhören Zuhören Vielen Dank.